Nee, hier kommt er nicht raus. Und runter schon gar nicht. Sonderwetter, ja, tatsächlich Buchstaben, mit dem Ring ins Glas gekratzt. Da hat er mir also etwas mitteilen wollen. Wie? Wie? Nee. Ob das ein Name sein soll? Na, das werden wir so Hals über Kopf auch nicht herausklingen. Hallo, Krüger. Jawohl, Herr Kommissar. Nehmt mal die Fensterscheibe raus und bringt sie zu mir aufs Präsidium. Aber ganz möchte ich mir ausgebeten haben. Sonst beiß ich euch. Tolles Ding. Was da wieder dahinter steckt.